Aber es sieht schon sehr kaputt aus, dein Knie, Jun. Aua. Tatsächlich, es sieht super kaputt aus. Sie haben nicht nur den Roll, sie haben auch meine Tochter kaputt gemacht. Ihre Tochter? Ja, ich bin jetzt mein ganzes Leben lang richtig beschädigt wegen Ihnen. Hallo, Gast. Rein, Amigo. Ich habe wirklich nicht mit dir gerechnet. Guck mal, hier scheint es auch voranzugehen, ne? Nee, aber das ist nicht. Die ganzen Materialien waren doch beim letzten Mal noch nicht da. Wichtige, eure Frage. Ich würde alles genauso machen. Wenn du dein Leben noch einmal leben könntest. Beginnt das immer mit derselben Floskel? Scheiß drauf, ich rauche eine. Deswegen ich mit dir reden wollte, ne? Das ist eigentlich ein ziemlich kurzes Ding. So wie dein... Okay, erzähl. Auf die Technik kommt es an, Amigo. Verstehe. Was soll ich machen? Ich bin Kolumbianer, wir haben halt nicht so die Riesendinger. Erzähl mir von deinem kurzen Ding. Ich überlege gerade, ob ich... Pass auf, folgendes. Ich wollte dich einfach nur fragen, damit wir ein bisschen Cashflow reinkriegen, hatte ich überlegt, ob ich irgendwie eine Karre verlose. Und ich wollte dich fragen, ob ich die irgendwie mit dem Casino ins Geschäft scheißen würde, wenn ich eine Verlosung mache. Ja. Deswegen lassen wir das nicht zu. Wirklich jetzt? Ja. Scheiße. Hätte ein bisschen Kohle gebracht. Ich habe eine andere Geschäftsidee, für die ich dich gerne ins Boot holen würde. Okay. Schieß los. Du weißt, ich bin immer offen für Geschäfte. Du bist ja auch nicht alleine. Du hast ja ein paar Leute hinter dir auch. Sag mal so. Ich bin vernünftig am Aufbauen, ne? Und wir brauchen... Eine gute Handvoll. Also, ich hätte eine Geschäftsidee, die darauf angewiesen ist, dass andere Leute viele Leute haben. Das Geschäft funktioniert folgendermaßen. Du rufst jemanden an. Mhm. Unterdrückt. Mhm. Zumindest solange er noch nicht ausgeschalten hat das Unterdrückte Rufen und man ihn anrufen kann. Mhm. Sobald er rangeht, gehst allerdings nicht du dran, sondern eine computergenerierte Stimme geht dran und sagt, guten Tag. Dies ist ein computergenerierter Anruf. Dieser Anruf kostet Sie 10.000 Dollar. Überweisen Sie die 10.000 Dollar auf die Kontonummer 0190119 und so weiter. Sollten Sie sich dieser Überweisung widersetzen, werden wir nicht aufhören, Sie anzurufen. Und dann wird derjenige nicht bezahlen, weil also warum sollte er das machen? Er wird das für einen Scam-Anruf halten, aber dann kommt der nächste Anruf und der nächste Anruf und der nächste Anruf und irgendwann schaltet er unterdrückte Nummern ab, deswegen brauchen wir möglichst viele, viele Leute, alle mit dem gleichen Audio-File und dann wird er den ganzen Tag von morgens bis abends bis in die Nacht, SMS und so, er wird die ganze Zeit bombardiert, bis er die 10.000 Dollar bezahlt und dann lassen wir ihn in Ruhe und dann nehmen wir den nächsten, beziehungsweise wir können das direkt bei 20, 30 Leuten parallel machen. Das heißt, damit die Leute wieder ihre Telefone benutzen können, müssen sie jeder 10.000 Dollar auf ein nicht auf uns zurückverfolgbares Konto überweisen. Ja, oder sie schieben einfach den Regler auf, unbekannte Anrufe abweisen, Herr Bruder. Und dann rufen wir halt nicht mehr unbekannt an. Ich meine, wir haben ja so viele Leute. Weiß ich nicht. Meine Frau wurde entführt. Schick bitte alle Leute, die du auftreiben kannst, auf die Suche nach meiner Frau. Wenn ihr die Entführer habt, knebelt sie, fesselt sie, hängt sie kopfüber irgendwo auf und wartet, bis ich da bin. Wo wurde sie eingepackt? Weiß ich nicht. Das letzte Mal ist sie am Casino gewesen, dachte ich zumindest. Okay. Schaut euch da um, guckt, dass du bitte alles auftreibst, was du auftreiben kannst. Kriegen wir hin, ja. Super, danke. Scheiß, amigo. Was? Deine Frau wurde entführt? Ja, augenscheinlich. Ich möchte dir auf der Suche helfen. Hallo? Ja, Rickard Butters. Meine Frau wurde entführt. Letzter Standort Casino. Guck mal bitte, ob ihr die findet und treib alles auf. Solltest du den Führer sehen, häng die bitte kopfüber irgendwo auf und warte auf mich. Mache ich, mache ich. Okay, ich rufe sofort alles zusammen, was ich habe. Alles klar, danke. Keiß, amigo. Die Frau von Ryan wurde entführt. Ungefähr 1,81 groß. Rote Haare hinten zusammengebunden oder sowas. Sagt den anderen Jungs Bescheid? Nee, keine Ahnung. Okay, wenn ihr was seht, wenn ihr sie irgendwo seht, melde dich direkt bei mir. Okay, gracias. Vielleicht noch 10 Minuten, Viertelstunde. Ich melde mich aber auf jeden Fall. Gar nicht. Habt ihr Probleme mit jemandem, Ryan? Hallöchen. Und wo habt ihr das letzte Mal gesehen? Schöne Grüße von Okoye. Danke, hilf mir mal bitte. Meine Frau wurde entführt. Letzte Sichtung Casino. Mit was? Letzte Sichtung Casino. Mit was der entführt wurde oder irgendwas, weiß ich nicht. Aber die ist wohl zuletzt am Casino gewesen. Trommel mal bitte alles zusammen. Ich will die Leute hängen sehen, die der Meinung sind, meine Frau zu entführen. Okoye, hier müssen wir mal ganz kurz in die Arm greifen. Mr. Batters, ich grüße Sie. Hilf mir mal. Trommel deine Leute zusammen. Meine Frau ist entführt worden. Letzter Standort Casino. Ich will denjenigen hängen sehen, der sich das Ganze rausgenommen hat. Alles klar. Ich bin, wir sind unterwegs. Danke. Lass mal zum Casino fahren. Wir reden später weiter. Ja, ja, ich see. Hallo, Ryan. Lea, über 100 bewaffnete Leute sind auf der Suche nach dir. Wirklich jetzt? Ja. Auch Ryan, wirklich jetzt? Ja. Jede Gruppierung sucht dich. Und mit jede meine ich ausnahmslos jede. Der ganze Staat hat die Knarren im Anschlag und ist auf der Suche nach dir. Ups, das tut mir ein bisschen leid. Du hast mich nicht beachtet, Mann. Dann kannst du doch nicht sagen, dass du entführt worden bist. Ja, ich hab gedacht, vielleicht meldest du dich mal, wenn ich schon schreibe. Nicht gedacht, dass du das ernst nimmst, wenn ich dir das mit meinem Handy schreiben kann. Ich hab mein Gespräch abgebrochen, was tatsächlich wichtig gewesen ist. Setze in meinem Auto auf den Weg zum Casino und der ganze Staat wappnet sich gerade, um diejenigen hinzuhängen, die es wagen, dich anzufassen. Wir fahren gerade zu Okoye, weil ich fragen will, ob es mein Auto in Roségold geben kann. Okay, dann versuche ich jetzt alle wieder anzurufen und die davon abzuziehen. Okay. Okoye sind gerade auch Gruppierungen weggefahren auf der Suche nach dir. Okay. Am Zweifel bringt die Bennett um, der ist mit mir. Das ist kein Scherz, den du jemals wieder machen solltest. Versprochen. Hi. Die ist wieder aufgetaucht, die ist auf dem Weg zu Okoye. Deine Frau ist bei Bennett, genau, die ist bei Okoye auf dem Weg zu Okoye. Ja, danke dir, Leo, für deine Hilfe. Ja, nicht dafür. Ja. Die ist wieder aufgetaucht und bei Okoye. Danke für eure Hilfe. Ja, kein Problem. Alles super. Dann bist du. Ja. Die ist wieder aufgetaucht und jetzt bei Okoye. Danke für eure Hilfe. Oh, ey, ich hab gerade alles, ich hab mich bewaffnet, alles. Das ist gerade übel. Ja, fahr zu Okoye. Ja, dann fahr zu Okoye und bedanke dich bei ihr dafür, dass sie wohl gar nicht tatsächlich entführt worden ist. Vielleicht versteht sie dann, was sie damit angerichtet hat. Ja, okay, ich hoffe, Okoye ist mir jetzt nicht sauer, weil ich musste mir bei ihm ein Auto leihen, dass ich überhaupt vordern muss. Ja, nee, ich komm auch gleich zu Okoye, ich bin auf dem Weg. Alles klar, gut, dann gleich. Ja. Ja, bis der Bett ist. Wir müssen sowieso reden, kommt auch mal zu Okoye. Wir haben da gleich ein Gesprächsthema. Wen jetzt? Ja, Okoye. Hey, was, wieso soll ich den in den Brand stecken? Haben sie sich gesagt, der muss hängen oder in den Brand stecken? Derjenige, der Lea entführt hat, aber das war nicht Okoye. Sie ist jetzt bei Okoye. Ach so, okay, ja gut. Wartet da auf mich, wir treffen uns gleich da. Ihr könnt vielleicht Lea ja schon mal sagen, dass es keine so gute Idee ist und dass ihr euch gerade mobilisiert habt, weil ich dachte, sie wäre entführt. Werden wir ihr sagen. Perfekt, bis gleich. Bis dann. Ich weiß nicht, dass das jetzt gleich lauter wird. Oh, da ist er ja. Wo ist meine Frau? Hallo, da hinten an dem Torhof. Ihre Frau ist da rein gegangen. Nein, die steht da vorne, Josef. Hallo. Hallo zusammen. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Lea. Ja. Du kannst mir doch nicht schreiben, dass du entführt wurdest. Wirklich, mit meinem eigenen Handy, dass du nicht einfach mal kurz anrufst? Es gibt so viele Leute, die so dumm sind, dass sie nicht checken, dass sie, wenn die dich entführen, du vielleicht noch dein Handy hast. Zumal, wenn jemand am Casino entführt wird, es auch wirklich schnell gehen muss und du vielleicht auf der Rückbank gerade sitzt und die wirklich nicht daran gedacht haben, weil denen gerade die Beine flattern. Warum kamst du nicht auf die Idee, einfach mal kurz durchzuschreiben? Ich habe dir geschrieben, warum du schreiben kannst, du schreibst, weil du ein Fuchs bist. Das hast du mir 20 Minuten später geschrieben. Weil ich den ganzen Staat angerufen habe, dass wir jetzt denjenigen hängen und umbringen werden, der jetzt gewagt hat, dich anzufassen. Ja, dann hättest du dich 20 Minuten mal investiert und dich mal bei mir zu melden, nachdem du mich komplett ignoriert hast, hätte sich das ja aufgeklärt. Hier kommen jetzt nach und nach immer mehr Leute an, mit denen wir uns hier treffen, weil du gesagt hast, dass du entführt worden bist. Ja, du hast doch aufgeklärt, Ryan. Hier ist jetzt gleich eine Riesenparty. Oh, das ist doch nice. Oben steht Champagner. Könntest du mir bitte nie wieder schreiben, dass du entführt worden bist, außer du bist entführt? Deal. Danke. Hallo. 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 Hallo, wunderschön. Was geht, Familie? Was geht ab? Was geht ab? Kuseng. Warte mal. Großkusing. Großkusing. Kuseng. Könnt ihr Lea vielleicht einmal ganz kurz da drüben erzählen, warum es keine gute Idee ist, zu sagen, dass sie entführt worden wäre? Ja, das ist kein Problem. Das wäre super, ja. Also, Herr Präsident. Hallö, schön, hallö. Lea. Ja. Tu mir einen Gefallen, mach das nie wieder. Oh, wirklich jetzt? Ja, wirklich jetzt. Ich habe gerade dadurch, nicht nur meine Leute, also nicht nur meine Leute waren in absoluter Alarmbereitschaft, sondern auch sämtliche Gangs in diesem Staat. Wir hätten wahrscheinlich gerade den kompletten Staat fast auseinandergenommen, nur um nach dir zu suchen und dich zu finden. Wir haben so ziemlich jedes Auto angehalten, wir haben so ziemlich jede Tür geöffnet, die wir finden konnten. 120 Prozent. Weil du ihm gesagt hast, weil er dir gesagt hat, weil du ihm gesagt hast, dass du entführt wurdest. Dein Leben war in Gefahr. Ich habe es mit meinem eigenen Handy geschrieben und statt er mich anruft oder mir zurückschreibt, macht er direkt... Wie lange kennst du deinen Mann? Ja, aber also das ist tatsächlich selbst für ihn ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Nein, das ist einfach Fürsorge. Wie viel kriegst du dafür, dass du das sagst? Nichts. Senora, ich bin ganz ehrlich. Als meine Frau noch lebte, ich hätte für sie genau das Gleiche getan. Also wenn Ryan mir hier sagt, er wird entführt, rufe ich ihn zuerst mal an. Nee, hätte ich irgendeine Frau gesehen, in irgendeinem Auto, die dir ähnlich gesehen hätte, in diesem Moment hätte ich dieses Auto mit jedem Mittel gespielt. Mensch, es ist auch schön zu wissen, dass ihr alles für Ryan tun würdet. Nein, nicht nur für Ryan, sondern ich hätte es tatsächlich auch für dich getan. Oh, danke. June. Hallo. Hast du dein Auto eigentlich schon gekauft? Nee, hab Okoye bis jetzt nicht erreicht bekommen. Ja, Okoye ist gerade da. Äh, ja. Dann können wir in der Theorie das Auto holen, aber ich hab ein Problem, denn ich komm hier nicht weg. Wo kommst du nicht weg? Von meiner, von meiner, äh, von meinem Haus. Wo ist dein Haus? Also, ja, also das Apartment. Wir holen dich ab. Ok. Bis gleich. Bis gleich. Hab Essen verteilt. Okay. Komm, Lea, wir müssen unser Problemfall abholen. June? Ja. Was bist du so ein Brummel? Hm, du machst mich zum Brummel heute. Was bist du denn so überempfindlich? Ja, ich hab den ganzen Staat auf die Suche von der dir geschickt. Ja, und das meine ich mit überempfindlich. Ich verstehe keinen Spaß, wenn es um dich geht. Du bist das Wichtigste, was ich habe. Ja, aber dass du nicht mal auf die Idee kommst, komm, jetzt gib zu, wo wir nicht mehr vor allen anderen stehen. Da das ein bisschen doof war, dich nicht einfach mal kurz bei mir zu melden. Habt ihr da geschrieben? Mhm, nachdem du alle Kirre gemacht hast. Ich gehe nicht davon aus, dass du mir sowas scherzt. Gibt es wenigstens jetzt zu? Nein. Gibt es zu? Nein. Gibt es zu? Nein. Gibt es zu? Gibt es zu? Ich würde immer wieder so handeln. Mhm. Und wenn du mir sagst, du bist entführt, werde ich alle Leute nach dir suchen wissen. Oh. Hi. Na? Hallo, June. Na? Warum treibe du? Ich treibe du? June, ich habe mal eine wichtige Frage. Hallo, Ryan. Ja? Du sag mal, wenn du deine Kontakte mal was spielen lässt, du würdest von jemandem, den du sehr gerne magst, eine SMS bekommen, dass er entführt worden ist. Cool. Ja? Was würdest du tun? Du kannst dir dafür geben, du kannst dir dafür auch abgeben, du musst nicht immer... Ich bin gleich wieder bei Okoja, ich will gerade zwei Gespräche gleichzeitig. Äh, ich bin nicht mehr bei Okoja. Achso, dann melde ich mich gleich. Du kämpfst nicht auf die AfD, vielleicht denjenigen mal zurückzuschreiben und zu fragen, was... Was hast du gerade geantwortet, June? Noch mal ganz kurz, ich war am Telefon, als Lea dich fragte, wenn... Nee, ich habe jetzt die wichtigere Frage gestellt. Nein, 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 ich würde gerne die Antwort von June nochmal hören. Ich würde gerne kurz die Antwort von June nochmal hören. Ja, doch, hau doch mal raus. Ich werde alle meine Leute auf die Suche schicken. Guck mal rein, du bist so reif wie unsere pubertierende Tochter, ist das nicht schön? Aber Zusatz dazu, ich werde natürlich erst selber anrufen bei der Person und gucken, ob die wirklich entführt ist. Weil wenn es fake ist und nur Gelaber ist, dann brauche ich ja nicht Leute rausschicken. Okay, Jun, aber wenn du mir schreibst, ich wurde entführt, gehe ich doch davon aus, dass das kein Gelaber ist. Weil du würdest mir das ja nicht einfach so aus Spaß schreiben. Also würdest du doch auch wollen, dass ich alle Leute, die ich kenne, mobilisiere, um dich suchen und retten zu lassen, oder nicht? Okay, der Punkt geht an dich, ja. Also wenn ich jetzt jemanden schreiben würde, ich werde entführt, dann hoffe ich natürlich, dass die Person dann nach mir suchen lässt. Oder sich einmal meldet und sagt, haha, Schatz, witzig, wo bist du? Könntest du alternativ auch machen? Mhm, beides vielleicht? Ja, tatsächlich, erst ruft man an und wenn die Sache geklärt ist, dass es tatsächlich eine Überführung ist, macht man alle Kirre und schickt sie los. Also zur Erklärung, Lea hat mir geschrieben, ich wurde entführt, der ganze Staat ist ja versucher nach ihr gewesen, um ihre Einführung zu bringen. Oder nachdem du mich stundenlang ignoriert hast und hast einfach links liegen gelassen. Lea, ich war im Gespräch, ich wusste nicht, dass du aus dem Haus kommst. Ich bin in Geschäftsgesprächen gewesen. Ich habe dich nicht stundenlang ignoriert. Wir haben doch telefoniert. Ja, genau. Du wusstest, dass ich aus dem Haus bin. Ja, gut. Und hast gesagt, ich komme gleich. Ja, genau, gleich, nachdem meine geschäftlichen Gespräche abgeschlossen sind. Also telefoniert haben wir um 19 Uhr. Und wann war ich bei dir? Bei mir irgendwann um 20 Uhr geschrieben. Dass ich entführt werde, habe ich um 20.40 Uhr. Bei dir um 20 Uhr? Aber geschrieben hast du um 20.40 Uhr, während wir gerade mal 20.39 Uhr haben. Okay, das heißt 40, das heißt 40 Minuten mehr. Das ist ein Auto. 40 Minuten bin ich noch beschäftigt gewesen. Wie viele Minuten ist er noch? 40 Minuten! Ah. Also 4-0. Richtig. Okay. Okay. Ey, die Minuten können verdammt lang sein, solltest du wissen. Ey, na. Na. Ich habe mich streiten. 40 Minuten. Ja, 40 Minuten. Ja, 4 und 0. Ja. Zeig dir demnächst, wie lang 40 Minuten sind. Ähm. Ähm. Freut euch nicht lieber vertragen, ist doch schöner. Ist so. Okay. Möchtest du dafür... Präsident Butters? ... eine riesengroße Statue haben? Ich habe mich gerade befördert, ich bin jetzt Präsident. Oh, Senior, Herr Präsident, ich bitte um eine Audienz. Nein. Kannst du haben, was ist los, Gast? Na, ich wollte nur fragen, ob wir heute noch zu Ihnen reden oder an den Tag. Ja, das kommt drauf an, wie lange du da bist. Ja, was soll ich machen? Meine Halle ist voll heute. Ich habe hier so viel zu tun, ich bin noch da. Okay, ja. Ja, ich komme gleich irgendwann mal runter. Alles klar, bis gleich. Okay. Präsident out. Ja, wir gehen eine Uhr anprobieren. Haben wir ein Auto da? Ich weiß gar nicht, haben wir oben noch eins? Mit welchem Auto bin ich hergekommen? Mit dem bin ich hergekommen? Achso. Ja, aber er ist ganz weit beschäftigt. Dann gehen wir zuerst eine Uhr anprobieren und dann gehen wir ein Auto kaufen. Okay. Tschö, Familie. I do. Say goodbye. No, 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 no. Aber wenn ich mich einer gefragt hätte, wie ich mir meinen Abend vorstelle, dann wäre das nicht die Antwort. Ich komme rückwitzen weg. Soll ich schieben? Nein. Hättest du jetzt mal ein SUV, ne? Ich wette, meiner kann das. Welche Uhr trägst du Melody? Wo kommt jetzt Melody ins Auto? Ich habe mich gerade angerufen. Aber die ist auch hässlich. Wir haben nur hässliche Frauen. Hast du dir das mal aufgefallen? Die sind alle hässlich. Da ist jemand auf unserer Spur gefahren. Geht's euch gut? Ja. Aua. Nein, hier ist jemand. Wir kümmern uns schon. Warum fahren sie auf unserer Spur? Äh, okay. Hast du keine Augen in den Kopf oder was? Entschuldigung, wenn das Ihre Spur war, dann entschuldige ich mich vielmals dafür. Berührt diese Spur das Licht? Aktuell zumindest von der Laterne. Dann ist es unsere Straße. Hab ich mir Nerv eingeklemmt? Ich klemme immer Nerv ein, wenn man sowas... Nee. Äh, äh. Na komm, geht schön ran, Leute. Äh, geht. Hier ist alles im Arsch! Ich bin so teuer. Die ganze Karre vorne ist im Arsch! Boah. Boah, halbe Millionen Schaden. Was? 2 Millionen Euro. Das sind 2 Millionen Schaden. Okay, der sieht auch ziemlich teuer aus, tatsächlich. Wie ist Ihr Name? Äh, Cooper. Samyoy. Schönen guten Abend. Herr Cooper, das ist komplett im Arsch! Ja, ich kann es sehen. Weil Sie mit Vollkaracho hier reingeballert sind. Bei den Medics geht keiner ran. Okay, verdammte Scheiße. Das Auto braucht auch keinen Mediziner. Mir geht das den Umständen entsprechen. Das Auto braucht einen Reparier-Mensch. Dann versuche ich mal gerade einen Reparier-Mensch an den Land zu ziehen. Moment, entschuldige ich mich gerade. Ich halte einfach meinen Arm ein bisschen. Das passt schon. Ja, super, ATS. Freierabend. Wo ist deine Schiene, June? Ich wurde repariert. Wann das denn? Vor zwei Tagen. Bist du dir sicher, dass nach dem Unfall dein Bein nicht wieder kaputt ist? Ich schaufel nicht. Mir tut so mein scheiß Arm weh. Ich mein Bein. Das sieht schon sehr kaputt aus, dein Knie, June. Aua. Tatsächlich, das sieht super kaputt aus. Sie haben nicht nur den Rolls, sie haben auch meine Tochter kaputt gemacht. Ihre Tochter? Ja. Ich bin jetzt mein ganzes Leben lang richtig beschädigt wegen Ihnen. Oh Mann. Was ist das? Also, Geist, da haben sie den Gurt. Ich bin Hilfe. Also, sie haben sich bei dem Unfall tatsächlich so sehr verletzt, dass sie glauben, ihr restliches Leben, oh verdammt, zollt sie auch noch. Ja, natürlich. Du hast wirklich weh. Das ist ein riesengroßer Lebensausfall. Sieht man, er ist 19. Das heißt, 80 Jahre alt. Machen Sie doch jetzt was. Oh Mann, Liebe, da fordern. Ich, oh Gott. Lass mal ein Stück auf Seite gehen, damit er schleppen kann. Soll ich Ihnen gerade helfen? Hast du gerade überlegt, meine Tochter anzufassen? Ich habe sie erst gefragt, ob ich ihr helfen soll. Ich habe sie nicht berührt. 9.600.000 wären das für potenziell 80 Lebensjahre. Können Sie bade mit Karte? Herr Bach, ich nehme das mit den Organen. Pass auf. Dennis wird Ihnen die Rechnung schicken für den Rolls. Herr Bach? Ja, Organe. Nein, Dennis nimmt ihm jetzt nicht die Organe raus, steckt das Messer weg. So. Herr van Bach wird Ihnen die Rechnung schicken für den Rolls. Die werden Sie vollständig übernehmen. Selbstverständlich. Dann lassen Sie sich von Juniors gleich eine Karte geben. Und dann haben Sie beim nächsten Mal, wenn Sie sich sehen, eine Entschuldigung dabei. Schokolade, Blumen, am besten beides. Selbstverständlich. Und dann ist die Sache aus der Welt. Beim nächsten Mal, wenn Sie sehen, dass Ihnen ein Rolls entgegenkommt, dann bremsen Sie rechtzeitig und weichen auf dem Fußgängerweg aus. Selbstverständlich. Genau das werde ich so tun. Sollten dort Leute stehen? Egal. Nein, genau deswegen warte ich noch. Natürlich, Leute, dann egal, Rolls ist wichtiger. Korrekt. Gut, perfekt. Wir sind noch mal weiter. Alles Gute. Unsere